Hallo, grüßt euch hier zu einem neuen Video auf YouTube. Ich bin Björn und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Tja, Bekleidung zum Radfahren oder Mountainbiken oder wie auch immer im Winter, um das geht es heute ein ganz bisschen genauer gesagt, um die passenden Schuhe. Für mich immer ein wichtiger Punkt, ich gehe auch wirklich sausaumäßig gerne raus, auch im Winter, auch wenn es regnet, auch wenn es mal schneit, um eine kleine Runde zu drehen. Ich bin auch einer, der sehr, sehr gerne Natur unterwegs ist und auch gerne mal einfach ein bisschen Natur erkundet, abseits vom Rad und ein bisschen durch die Gegend läuft und dann klein wird da auch die Gegend ein bisschen erwandert. Dazu habe ich mir jetzt schon seit eineinhalb Jahren so ein bisschen in der Warteschleife gehabt, den neuen Adidas Trailcross mit Guretex Membran zu holen. Das ist ein kleiner Nachzügler, weil er kam jetzt erst dieses Jahr raus oder jetzt erst gerade im Moment raus, weil er hätte eigentlich mit der Kollektion rauskommen sollen von ihm hier. Den habe ich mir schon eine ganze Weile geholt. Das ist der Trailcross Mid-Pro, also einer der Schuhe ohne jeglichen Schutz vor Wasser. Das heißt, Wasser, das in diesen Schuh reinläuft, in diesen Mid-Pro, läuft hier oben rein und kommt hier unter diesen Löchern, die hier drin sind, in der Sohle auch definitiv gleich wieder raus. Deswegen sind das eher so Schuhe für den Sommer. Ich finde es auch ganz cool. Sie haben eine relativ weiche Sohle. Zu denen habe ich schon mal ein kleines Video gemacht, ganz am Anfang meiner Kanalzeit. Hat den Link euch gerade mal oben in der Ecke, also auch unten in der Beschreibung rein. Es ist halt wirklich mehr oder weniger, wie gesagt, das ist ein Schuh von Sommer. Ein Wanderschuh mit Bikeanteil oder ein Bikeschuh mit Wanderanteil, wie auch immer er gesehen wird. Hat die klassische Dottie Sohle. Finde ich immer noch richtig cool. Aber halt relativ weich. Man kann mit ihm relativ gut laufen und relativ gut auch abseits des Bikes noch im Wald und Co. gut unterwegs sein. Macht wirklich richtig Laune. Nur wichtig, der ist nicht wasserdicht. Das heißt, das Wasser läuft eins zu eins rein und unten wieder raus. Das heißt, man kann sich auch mal im Sommer relativ schnell nasse Füße holen. Noch bei dem Schuh nach eineinhalb Jahren kann ich es ja bald sagen, wie ich ihn so ein bisschen finde. Der hat wirklich den Vorteil, dass hier oben an diesem Schaft, wo hier oben ist, mit diesem kleinen Neopren-Innensocken natürlich kein Dreck in den Schuh, keine Steine reinfallen. Das macht diese Sache schon relativ schön, muss man ganz klar sagen, weil man mag unkern Steine im Schuh haben. Wo man ein klein bisschen aufpassen muss und dann gehe ich auch zum aktuellen Modell über. Bei diesem ganz normalen Trail Cross mit Pro, wie auch bei diesen hier gleich, die Sohle ist relativ grobstollig gegenüber normalen Freeradern, wie da hinten jetzt hängen. Und die haben halt ein bisschen den Problem, oder ein bisschen aufzupassen, man sinkt in den Pedalpins eine ganze Ecke ein bisschen mehr ein. Und man muss halt ein bisschen daran denken, dass man beim Abstehen vom Rad auch den Fuß ein klein bisschen höher heben muss, als jetzt beim klassischen 510 Freerider. Gut, wir haken mal die ab, die wir jetzt schon gefahren sind. Eineinhalb Jahre immer mal wieder im klassischen Einsatz, vor allem im Sommer ganz, ganz viel. Im Winter eher weniger. Der ist im Winter einfach zu zugig und so kalt. Und mit dem habe ich einfach im Winter nicht so wirklich viel Spaß. Was noch ein Unterschied zum aktuellen Gore-Tex-Modell ist. Ich habe hier noch so eine kleine Pedalanschlagschutzzone drin, mit so einer D3O-Membran, dass es da auch ein ganz klein bisschen den Schlag abnimmt, wenn man sich mal irgendwo den Knöchel anhauen könnte am Rahmen oder an der Pedal oder Kurbel. Um die geht es aber gar nicht. Nur ein bisschen ein kleiner Rückblick, warum ich auf das Video heute komme. Und wo die rauskamen vor eineinhalb Jahren, wurden die hier auch schon vorgestellt, dass dies rauskommen sollen. Ist eigentlich äußerlich ein relativ gleiches oder ähnliches Modell von der äußeren Erscheinung. Hat ein paar andere innere Werte, was mir das Ganze den Schuh für den Winter deutlich angenehmer und von Herbst deutlich angenehmer macht. Wir haben hier jetzt eine Gore-Tex-Membran. Das heißt, der Schuh ist eigentlich wasserdicht. Ich sage eigentlich, lehne mir das zu, ich habe ihn schon drei, viermal Probe getragen, habe wirklich auch ein bisschen mal geärgert, dass ich mal einen Bachlauf mitgenommen habe oder eine Pfütze durchlaufen habe und einfach sehen, wie dicht ist er denn wirklich. Ich denke, auch ein wichtiger Punkt. Zu seinem Vorgänger ist eigentlich relativ vieles einfach auch gleich. Wir haben eine Dottisole, oder zu einem undichten Vorgänger. Wir haben eine Dottisole genauso auch. Relativ weich und relativ tief. Der Schuh ist relativ weich. Also wenn ihr lieber steifere Sohlen fahren wollt zum Biken, dann wird das wahrscheinlich nicht ganz euer Schuh werden. Müsst ihr einfach mal sehen. Ich fahre relativ gern auch ein bisschen weichere Sohlen, weil ich auch das Pedal ein bisschen lieber gern spüre. Aber das ist wirklich abhängig von eurem Fahrstil. Wie gesagt, hier auch deutlich größere Dottis als Stollen, wirklich als Wander- oder als Laufschuh. Auch abseits des Bikes richtig cool. Kann ich schon mal soweit sagen. Habe ich auch schon mehrfach getestet. Da macht er wirklich richtig Sinn. Auch als Outdoor-Schuh mit Bike-Anteil oder als Bike-Schuh mit Outdoor-Anteil. Egal wie auch immer. Er hat eine Gore-Tex-Membran drin. Das kommen wir gleich dazu. Äußerlich genau gleich. Was wir auch hier oben haben, ist diese Neoprensocke. Die hat man allerdings jetzt hier auf so ein Plett zum Aufmachen und einfacheren Einsteigen und dann wieder zumachen, dass oben nichts in den Schuh hineinrieselt an Steinchen, Dreck und sonstigen Sachen. Und da kommen wir jetzt auch an einen kleinen Punkt. Was ich an dem cool finde, was seit dem alten immer das Problem war. Das Anziehen mit dieser Neoprensocke ist immer ein klein bisschen umständlich. Ist hier eine Idee besser geworden? Man kann es oben aufmachen und kann den bisschen bequemer anziehen. Finde ich nicht ganz schlecht. Das ist an diesem Gore-Tex-Modell finde ich wirklich cool gelungen. Aber halt nicht ganz so ganz cool. Aber das kommen wir jetzt gleich noch zu zwei, drei kleinen Mankos von der ganzen Geschichte. Also das haben wir bisher. Bike-Schuh relativ weich. Kann man gut nehmen auch zum Laufen, zum Wandern, zum Biken und Wandern. Wandern und Biken wie auch immer. So würde ich ihn umschreiben. Und so würde ich ihn auch für mein Profil als Mensch, der gerne rausgeht in der Natur, auch mal gerne ohne Fahrrad durch die Gegend, dann läuft, wenn er mit dem Bike irgendwo hingefahren ist. Ein mega cooler Schuh. Und vor allem aufgrund der Membran hält er den Fuß eigentlich auch trocken. Und ich habe ihn wirklich auch mal aktiv geärgert. Mal einen kleinen Bachlauf. Einfach auch mal oben ein bisschen in den Schuh spritzen lassen. Und es kam im Schuh innen eigentlich auch nichts an. Eigentlich. Ich denke, wahrscheinlich, weil er da auch nie dieses Problem hat, dass er den Bach durchlaufen müsste. Das ist eh zu spät eigentlich. Egal. Das Problem ist nur, diese Gore-Tex-Membran hört ungefähr auf dieser Ebene ungefähr auf. Das heißt, sobald er halt höher kommt mit eurem Wasserstand, also sprich höher als ungefähr so, dann läuft es halt euch irgendwann oben in den Schuh rein. Das ist ein bisschen doof. Deswegen ist er dann auch nur teilweise wasserdicht. Was ich vom ersten Mal tragen echt schade fand, dass er nicht bis nach oben im Hinnenbran hat, die mehr oder weniger bis oben auch über einem klassischen Wanderschuh vernünftig dicht hält. Finde ich ein ganz klein bisschen schade. Was wahrscheinlich auch dieser Verschlusssache hier oben geschuldet ist, dass einfach das hier oben halt nicht ganz dicht sein kann. Und dann hatte ich noch ein kleines Erlebnis, weil ich sagen muss, wenn diese Neopren-Sache irgendwann hier oben mal feucht und nass wird, zieht es relativ schnell Socken einfach nach oben hoch. Fand ich jetzt auch nicht so wirklich prickelnd. Deswegen stufe ich ihn einfach mal ein. Es ist für mich ein cooler Schuh zum Biken und zum Wandern oder Outdoor und Biken in Verbindung. Hat eine schöne Sohle, hat ein gutes Grip auf dem Pedal, hat aufgrund der hohen Gummianteile natürlich auch ein relativ gutes Einsinken im Pedal. Wie gesagt, auch ein klein bisschen aufpassen, wenn man dann wieder mal umsteigt vom Freerider zum Beispiel, der wesentlich weniger einsinkt, dass man ein klein bisschen mehr den Fuß anheben muss, um das Pedal auch endgültig loszulassen. Im Winter denke ich bei kleinerem Schneefall ist kein Problem, weil da macht es wirklich Sinn und da hat man im Regelfall auch nie so extreme Höhe an Schnee. Hoffentlich nicht. Dann läuft da auch nichts rein. Die Wasserdichtigkeit ist halt hier auf diese Höhe begrenzt und deswegen finde ich es dann immer noch schwierig. Es ist ein Gore-Tex-Schuh, aber für mich nicht ganz durchdacht, finde ich dahingehend ein klein bisschen schade. Ich hätte mir ein klein bisschen mehr erwartet von dem Schuh, dass er noch ein bisschen besser wasserdicht ist, vor allem jetzt gerade in der kalten und doch nassen Jahre. Vor allem, wenn man dann halt auch mal im Regen fährt und ich dann wieder mal meinen Ganzkörperstrampler anziehen darf. Video oben und Ecke verlinkt unten in der Beschreibung, wo ich einen Regenanzug habe, der komplett dicht hält und über die Schuhe auch drüber geht. Ich hoffe, dass diese Schuhe mit diesem Regenanzug auch allen komplett dicht und trocken halten konnte. Ich konnte bis heute, Landshästenwälderische Regen, war eine Weile her. Ich wollte jetzt endgültig mal das Video machen, bevor der Herbst und Winter anfängt für euch und deswegen einfach mal raushauen. Es war ein Video ein bisschen aus meiner Sicht und ein bisschen aus meinem Fahrstil und meinem Fahrprofil heraus. Natürlich, klar hat jeder seine eigenen Ansichten, eigenen Fahrprofile, eigenen Fahrgeschichten. Also deswegen soll es einfach mal ein bisschen sein, ein kleiner Einblick, warum ich sie mir geholt habe. Ich habe sie mir auch selber kaufen müssen, es ist kein Sponsoring dahinter. Und wenn es eins wäre, würde ich es genauso auch sagen, wenn irgendwas nicht ganz so cool läuft. Deswegen, ich werde zu meinen nächsten Monaten jetzt über die Winter- und Herbstzeitprobe fahren und auch nochmal, wie bei ihm hier, den ich mir vor eineinhalb Jahren schon geholt habe, euch auch auf dem Laufenden halten, was ich jetzt von diesen halten halte und dementsprechend, ja, schauen wir mal, wie die Reise mit den Winterklamotten hier auf dem Kanal so weitergeht. Haut einfach mal in die Kommentare unten rein, was ihr so für Gedanken habt zum Thema Schuhe für den Winter zum Fahren. Ich bin da echt gespannt drauf. Dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht nochmal eine Folge 2 drauf stricken können mit einem klassischen anderen Bekleidungsthema. Ich hatte noch ein, zwei, drei Folgen eh noch in petto, die auch noch rauskommen werden, wie ich mich durch die kühlere Jahreszeit hier im Schwarzwald schlagen werde, weil ich fahre ja auch recht gern, wenn es mal ungemütlicheres Wetter ist. So weit, so gut. Abo da lassen, Like da lassen, Kommentare fühlen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.